So, und soviel zu deiner Chance. Warum leuchtet die so? Du schuldest mir so einiges, Mädel. So, okay. Synch aktuelle 12 von 15 optimale Missionsziele. Ich verstehe immer noch nicht ganz, was ich jetzt tun soll. Soll ich da hoch? Ah, ich muss hier rein. Oh mein Gott, nein. Wer ist hier? Was nun, Slaftreiber? Nennt mich nicht so. Ich versuche nur zu helfen. So wie mir geholfen wurde. Ihr tut ihnen keinen Gefallen, damit sie so einzuperschen. Einperschen. Ich bitte ihnen zu uns. Bereiten sie auf die Reise, wo die vor uns liegen. Welche Reise? Mit ein Leben der Knechtschaft? Ha, 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 ha. Ihr wisst gar nicht. Es war nur um euch hierher zu bringen. Zu denken, dass ihr sehen und verstehen würden. Ich verstehe sehr gut. Zeigt euch. Zeigt euch. Er zeigt sich. Ist das er, oder? Wer wartet da auf uns? Ja. Ja. Na, klasse. Nun stehe ich vor euch. Was ist euer Beginn? Kommt herunter. Lasst uns das ehrenvoll beenden. Warum muss es immer in Gewalt werden? Ich glaube, ich kann euch nicht helfen. Denn ihr wollt euch selbst nicht helfen. Und ich kann nicht zulassen, dass mein Werk gefährdet. Ihr lasst mir keine Wand. Ihr bestellt mich. Das hat er aber auch schön einfach verschlossen. Wow, ah, das sind vier von denen. Wow, wie soll ich denn gegen... Wow, vier Gegend von diesen Typen gewinnen. Ich muss irgendwie in die Ecke reinkommen. Ich werde sterben. Ja, das war klar. Also, das war klar. Ich muss mir irgendwas überlegen, gleich am Anfang. Jaja, komm. Wissen wir alle, wissen wir alle, wissen wir alle. Also, was habe ich an... Ach, ich bin gleich wieder hier. Wie soll ich denn hier hier wählen? Wow, verdammt ey. Ich hab da jetzt schon kommener Leben. Kann ich irgendwie flüchten? Ich kann nicht mal... Ich kann nicht mal irgendwie hier hinrennen irgendwo. Ich muss hier kämpfen. Die lassen mir auf Deutsch gar keine andere Wahl. Huch! Alter! Ich kann hier nicht irgendwie tricksen oder... Huch! Greifen Sie nachher, wenn Sie wegklettern! Huch! 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 Ja! Diese... Ich bin ein bisschen ruhiger, aber ich versuche mich hier echt zu konzentrieren, aber... jetzt habe ich zwei gekillt von fünfen. Huch! 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 Lass mich da wenigstens mal einen allein hier killen! Tja... 多 mean? Tja... Ich kann hier auf niemanden greifen, ich... Oder irgendwas machen. Und.... das war's! Alter, ich kann den nirgendwo hoch Das ist doch doof, ey Jetzt kann ich Ich will hier hoch Jawohl Oh Ach, ich muss gar nicht gegen Oh, Moment Ich muss gar nicht gegen die Typen kämpfen Ich muss lediglich dem Typen folgen Das muss ja mal was mal gesagt sein Komm her Dich mach ich platt Hoch Ihr könnt nicht mehr fliehen Teilt euer Geheimnis mit mir Mein Part ist beendet Die Brüder 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 Welche Brüderschaft Al Mualim ist nicht der Einzige Der Pläne für das Heilige Land hat Und mehr werdet ihr von mir nicht erfahren Dann sind wir fertig Bittet euren Gott um den Knall Wenn er sie einen Gramm hat, hat er uns lange fallen lassen Und die Brüder 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 haben Ja, so denkt ihr Neulogisch Euren Geist abschlippt Man sagt, das könnt ihr am besten Erkennt ihr nicht die Ironie darin? Nein, wohl noch nicht Aber bald Anscheinend läuft da etwas Oh Anscheinend laufen da Milliarden Feinde in uns Ja, ja, das läuft anscheinend Ich wäre froh Entkommen zu können Und das Ding da eignet sich anscheinend sehr gut Oder auch nicht Wow Wow Lass mich doch die einfach hier runterschmeißen Hop, 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 hop Weg hier Also gegen so viele möchte ich ganz ehrlich nicht kämpfen Da mach ich doch lieber einen auf Flucht Aua Wupsala Und Wupsala Und Alibala Und Los, komm Rein da Jawohl Glack Also anscheinend Also erstes mal war das ja jetzt total einfach ne Erst Sterbe ich hier 50 mal Und dann renne ich da einfach aus Langeweile hoch Und das war's was ich machen muss Also naja Na, kletter hoch Kletter Da hoch Da halt nicht Also Ja, aus einer sehr schwierigen Sache ist halt eine sehr einfache Sache geworden Ah, das schafft er Und anscheinend ist unser Mann Nicht ganz dafür das, für das wir ihn halten Er lebt ja noch Er lebt noch Er lebt noch Nein, wieso lebt er Wieso lebt er denn noch Und ja, anscheinend da hinten scheint noch irgendwo ein Aussichtsturm zu sein, wo wir hin können Huch Wow Was Wieso denn jetzt schon wieder Nur weil ich zwischen euch gesprungen bin Komm her Ich mach dich blatt hier Na, willst du auch noch hoch? Boah, wie viele sind das? Hoho Die kommen ja hier Wie die Raupen vom Dach runter Haha Ist das heftig hier, ey Geil Tja Hast du mich wohl entdeckt, ey Boah, so viele Feinde hier Oder sind das Menschen? Ne, ich glaub das sind Feinde Oder? Weiß ich nicht Was? 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 Nein, oder? Ich glaub's nicht Wir haben Wow, wow, wow Ähm, ja Du könntest Dankeschön Genau das wollte ich eigentlich Alter, jetzt lass mich doch mal los Endlich, ey Wie ist echt denn zu viel hier? Nur weil sie auf Klopternähe stehen Für das Chinesische Reich Ey, das ist auch Das sieht auch geil aus hier Uh, guck mal da Fahne, Fahne Jerusalemkreuz eingesammelt Na, los, hoch da Was? Was war das jetzt für eine Aktion? Äh, Moment Runter, runter Lieber runter So war runter Ja, ich sehe nichts mehr Ich sehe nicht mal was Wenn ich hier nicht mal was sehen würde Aber ich sehe hier gar nichts So, wurde aber auch Zeit Cool, das hatte ich jetzt eigentlich so gar nicht geplant Aber, nee, natürlich war alles geplant Also, das war hier Hightech Hightech, ach, ich So, jetzt kann ich drüber laufen Perfekt Und jetzt gehen wir mal zurück zu unserem Freund Der freut sich sicher, dass wir jemanden getötet haben Aber ich habe das Gefühl Das uns etwas verschwiegen wird Wir sind schon wieder gesucht Ach Hier ist zu, okay Dann machen wir mal kurz einen Abstecher nach da oben Und Verstecken uns im Gebälk Ach, die stehen hier überall diese komischen Teile Ich weiß nicht, wozu die da sein sollen Aber anscheinend müssen die einen gewissen Grund für Dinge haben Sonst gäbe es die hier nicht so oft So Aber Tatsache ist, dass ich die von allem allem übertragene Aufgabe erfüllt habe Dann geht Kehr zu dem Alten zurück Lass uns nicht auf wessen Seite er steht Die und ich stehen auf derselben Seite, Malik Tja Das scheint Ihm Misslungen Also missfallen Also miss Gedächtnisabstand 3 Attentat beenden Das Ziel wurde eliminiert Jetzt läuft da endlich mal los hier Und Dann Also